Der wird jetzt nicht gut sein. Dann habt ihr euch erstmal eine Schlafschwunde. Ja. Ja. Das ist leider auch nicht wirklich lange, ne? Ne, immer gerade eine Woche. Aber länger kann ich nicht mehr. Also links von der 109. Ja, genau. Stimmt. Ja, dann geht es auch so ein bisschen... Ja, meinten die denn welche. Ja? Ja. Moin. 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 Weißt du, alles was ich dir... Komm mal grad. Turn left. Ja, links rum, sagt er. Ja, ja, Joachimsthal Eichholz. Ich hab ja extra heute Dienst getauscht. Ja. Ja. Du kannst das normalerweise nicht... Ja. Du kannst das normalerweise nicht... Ja. Als ich äh... Ja. Ach, schön. Links. Hey, was ist da los? Hey, was ist da los? Ja. Hi, ich glaube. Stefan! Der ist auch schon mal besser. Der ist auch schon mal besser. Der ist gut. Du fadest. Fadest mal. Auto! Abfall. Abfall in der Kappe. Abfall in der Kappe. Er ist auch schon mal perto. 36.6 und wir crossen die Autobahn wieder. Dr. Jürgen, sagst du Hallo! Biergarten, perfekt. Biergarten ist, was ich suchte. Das war's für heute. Schönen Und das ist wo wir... Jörgen muss aufhören, er muss nach Hause gehen. Bye-bye. Typischer Bicycle Trail hier, sehr schön. Nur für Bikes. 100 miles, June 16, 2016. 4.39 p.m. My 4th 100. Still got about 10 miles to go. Spichtenberg. Was da? Okay, almost there. Garmin died around 105 miles. Schmuggerell. Some idiots sent me through the woods. Instead of giving me the short route, he gave me a 6km detour. Last stop, Dachibel. I should be meeting my sag wagon. Uncle Harry, thanks so much to him. Oh. Ich bin ein. Du sollst. Ich bin ein. Jetzt ist der Ein. Das kann der Einflussreicht. Ich bin ein. Kann ich wieder. Ich bin ein. Das ist das noch. Das ist ein bisschen. Jetzt wird. Hallo Hannes! Wo sind sie jetzt gekommen? Was? Na los Hannes, zieh los! Ich mach noch einen Sammler! Dann schiep euch auf einen Rapp! ... und nicht 1,2 mal in den Rapp! ... aus hinaus! Ich sch characterized die Rapp! ... mit 2,5milehäuse! ... aus einem Rapp! ... und mit 3,5milehäuse! ... und die Rapp! ... und mit 3milehäuse! ... und das Rapp! So, Atzen, fängt da aus die Feier bei Atzen.